Hallo Leute und willkommen auf Werkstatt TV. Schön, dass ihr wieder zuseht. Heute wechseln wir bei einem Ford Fiesta den rechten Außenspiegel. Die Kiste mit dem neuen Spiegel ist gerade eingetroffen. Dann wollen wir mal starten. Los geht's! Als erstes kurbele ich das Fenster runter, um von beiden Seiten an den Spiegel zu kommen. Dann hebe ich die Innenverkleidung mit einem Plastikkeil ab, um Zugang zur Spiegelbefestigung zu bekommen. Ich entferne die Seilzüge für die Spiegeleinstellung. Da könnte bei euch auch ein Stecker sein, wenn der Spiegel elektrisch verstellbar ist. Der Rest der Arbeit ist gleich. Jetzt müssen wir noch eine Schraube und eine kleine Metallspange entfernen und schon ist der Spiegel ab. Jetzt packe ich den neuen Spiegel aus und vergleiche ihn kurz mit dem alten. Wenn alles passt, können wir mit dem Einbau anfangen. Ich stecke den Spiegel an seiner Halterung und ziehe die Einstellzüge durch. Jetzt noch die kleine Metallklammer und die 10er Schraube befestigen. Als letztes montiere ich den Einstellhebel an seinen Platz und clipse die Plastikverkleidung wieder ein. Ja Leute, das war es auch schon wieder für diese Woche. Ich weiß, das Video ist sehr kurz geworden, aber der Spiegel beim Fiesta lässt sich eben besonders einfach wechseln. Wenn euch diese 3 Minuten jetzt zu wenig waren, dann haben wir was für euch. Auf der linken Seite seht ihr, wie wir das Dieseladditiv bei einem Ford Focus auffüllen. Rechts daneben, wie wir an einem baugleichen Fokus den Partikelfilter ausbauen, um ihn zur Reinigung zu schicken. Wenn es euch hier bei uns gefällt, freuen wir uns über einen Daumen nach oben, einen Kommentar und natürlich ein kostenloses Abo unseres Kanals, wofür wir uns mit weiteren Videos bedanken werden. Das war es für heute, bis nächste Woche Freitag 18 Uhr hier auf Werkstatt TV. Ich wünsche euch eine Frage. Es ist mein Bild.